Ich spüre, wie du da drin etwas hin und her ziehst. Es ist ein ganz neues Organ. Wurde nie zuvor gesehen. Wir hatten alle das Gefühl, der Körper sei leer. Sinn entleert. Und das wollten wir bestätigt wissen, um ihn wieder mit Sinnen füllen zu können. Die Welt ist sehr viel gefährlicher geworden. Seit es fast keine Schmerzen mehr gibt. Operieren ist Sex, oder? Ist das so? Sie wissen, dass es so ist. Operieren ist der neue Sex. Ich mag nicht, was mit den Körpern passiert. Insbesondere nicht, was mit meinem passiert. Das ist so, was mit dem Körper ist. Deshalb schneide ich ihn auf. Was würde man wohl in ihm finden? Nichts von dieser Welt. Ups. Putze. Wir sollten uns nicht davor fürchten, das innere Chaos zu ordnen. Erstellen wir eine Karte, die uns hineinführt ins Herz der Finsternis. wurden in ihm. Ihr seid zu sehen. Untertitelung des ZDF, 2020